Wir haben sehr klug gespielt und taktisch sehr gut und das war, glaube ich, heute mit der gesamten Leistung der Mannschaft war der Schlüssel zum Erfolg, weil man hat auch gesehen, dass Saint-Germain Paris ja auch einige Torchancen gehabt hat und Sven Ulreich ja wieder mal überragend reagiert hat. Und daran sieht man schon, dass es eine Mannschaft, wenn man nicht dicht in der Defensive agiert und das Mittelfeld verdichtet und der Gegner kontern kann, dann kann man solch ein Spiel nicht gewinnen und das haben wir heute überragend gemacht und dass wir gut nach vorne Fußball spielen können, das haben wir sicher schon öfter in dieser Saison gezeigt und das hat heute auch wieder prima geklappt.